Herzlich willkommen im Internet. Heute eine Meldung aus Balingen. Das Theater Lindenhof soll in die Gartenschau mit eingebunden werden. Ja, Theater wie der Lindenhof und alle anderen finden doof, dass sie gerade geschlossen sind. Was ich übrigens auch selber finde. Doch die Gartenschau in Balingen will den Garten dazu bringen, dass nicht nur Blumen und das Grün, sondern auch die Kunst erblühen. In zwei Jahren ist soweit. Wenn nur nicht in der Zwischenzeit das Theater auf dem Pandemist vertrocknet und gestorben ist.